Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mittelerde im Mordor Schatten. So, schauen wir mal, was wir jetzt mogen wollen. Die Türme hatten wir ja alle. Dann wollten wir ja die Ithilden und Artefakte sammeln. Ja, meine ich. Machen wir jetzt auch erstmal. Ist, glaube ich, das erstmal das Entspannteste. Wer weiß, vielleicht mache ich dafür auch eine längere Folge. Mal schauen. So. Ich liebe dich. So. Die Gerüchte über Geister, die vom Himmel auf die Rücken der Urungs springen. Hab ich da gerade etwas gehört? Nö, nö, du bist einfach nur ein bisschen geflüchtet. Das ist alles. So, formen wir uns eben hier, das alte Fakt. Ah, ja. Dann gehen wir doch noch einmal hier rein. So. Mir bloß eingebildet. Dann hast du dir noch eingebildet. So wie alles andere auch. Es gibt in Mordor noch andere Kräfte neben Sauron und uns. Ja. Das sind die Spitzel von Koronir. Wandler muss einen stärkeren Zauber beschwören, wenn er mich mit einem seiner Geisterangriffe verbrennen will. Sack! Du darfst das. Z kelpert. Z-a-schelt. Du bist nicht besser als ein Tier! Was brauchen wir jetzt eigentlich noch an... Ach, Atelas, oder wie auch immer das Zeug hieß. Es gibt immer noch ein paar Wege aus Mordor. Je mehr wir Mordor in Flammen hüllen können, desto mehr Menschen werden ihre Freiheit erlangen. Sollen wir das tun? Ich weiß ja nicht, oder? Naja, da rein müssen wir ja eh. Okay, also... Ich bin bereit für einen richtigen Kampf. Was gehen wir jetzt? Was weiß ich, wie lange die Folge heute wird. Wir gucken einfach mal an. Der Schlund wurde von einem Grauk angegriffen. Wie ist es gelaufen? Der Grauk hatte keine Chance. Der Kampf hat nur ein paar Minuten gedauert. Jede Kreatur, die diesen Ort angreift, ist so dumm, dass sie den Tod verdient hat. Ich glaube, der Weißlein möchte in der Nähe... Ich glaube, der Weißlein möchte in der Nähe... ... ... ... ... ... ... Wenn ich den Traum unter der Kunst durchführe, will ich ihm auch etwas Spaßiges zurückgeben. Warte es noch! Er sagt mir, er stürte dich. Schade. Auf mich stürzt du nicht, Herr Rattelein! Ich sehe Menschen abschauen! Selbst wenn ich den Schicksalsberg vollends durchsuchen muss, finde ich dich doch! Oh, das ist die Kampfmacht, verdammt! Mich kannst du nicht täuschen! Zündet das Leuchtfeuer an, ihr Flaren! Zack! Das ist eine neue Fähigkeit! Ah, jetzt geht es gelaufen! Nein, nein. Wollen wir bei denen hier? ... ... ... Okay, fertig! Okay, fertig! Gut! Ja 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 Wieder Hochteilung Wahrscheinlich Zurück an die Arbeit und hört aufzureden Hä? Was war das? Ja Die Fleischhaut ist längst weg Nächstes Mal Nächstes Mal Waldläufer Nächstes Mal kriege ich dich Ja ja, bitte das war eine eine Da ist es Nicht zu glauben Nicht zu glauben, dass wir uns den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen Na nicht hier, Gelae Mordor Es gibt im Land der Schatten noch Licht, das darauf wartet, entdeckt zu werden Angst vor Karagor Der Nächsten, der dich sehe, werde ich zu Ja 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 Menschen abschaumt Ich vergrabe dich gleich so tief, dass nur die Zwerge dich finden können Den Schild habe ich nicht ohne Grund Meine ganze Gefolgschaft ist unterwegs Denkst du ich hätte den schon vergessen Da drüben Menschen abschaumt Oh, ich hasse diese Spiele. So. Oh, ich will auch einen Zünftigen Kampf haben. Hey, ich will auch einen Zünftigen Kampf haben. Aber echt? Pfff. Hey, aber die zerfetzen wir jetzt noch immer. Ausprobieren. Ausprobieren. Aber echt, aber verreck. Mist fies. Zulöp! Lass ihn nieder! Oh, der nächste ist ja schon tot. Cool. Du bleibst auch hier. Jo, dann schauen wir mal. Niemandem. Der Tag, an dem ich in die Knie gehe. Der Tag, an dem ich in einem glorreichen Kampf sterbe. Da müssten wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Ja, die Uruks und ihre Vorstellung. Diese Uruks leben für die Schlacht. Dann wollen wir sie nicht enttäuschen. Dann, Brandeisen oder ein Hammer. Dann, Brandeisen oder ein Hammer. Da etwas war. Sollte sich fernhalten. Niemandem. Ist da jemand umher? Nein und neun. Dein nächsten Mal ist der Taunt. Scheiße. Das war gar nicht das Star, was da ist. Ja, geh drauf, Alter. Boah! Ich gehe in die Gesichtsschirurgie, Alter. Verpiss dich! So gefällt mir das doch. Das Boss wieder so schweiß. Hau mal auf! Boah! Alter, ich muss nur die E-30 bekommen, der schaufen wird. Was ist das? Boah! Ich weiß nicht. Menschendreck! Nicht allein töten, um dir ein Gefallen zu treu. So, und wieder einer weniger. Alter, was? Das ist der Klaue. Und der ist, er ist schon mal kein Klaue. Das ist der Klaue, ich weiß nicht, ganz klar. Aber ich weiß nicht, wie kann ich das nicht und ich das nicht erinnere. Und der ist, da wird ja schon mal kein Klaue. Mit dem Geist, die Treffer der Wurde sind schon mal nichts. Verdammt. Verdammt, wie krass er ist. Du gehörst mir. So, noch einer weniger. So, die Forderung. 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 Wischen. Siehern. Gleichzeitig sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns пока. Ciao, ciao!